Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 74, Aktuelle Stunde der Fraktion der SPD. CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN lehnen Anhörung zur Bilanz des privatisierten Uniklinikums Gießen-Marburg ab, Sorgen und Nöte der Beschäftigten endlich ernst nehmen und nicht als Notstandsrhetorik bezeichnen. Als Erster hat sich die Abg. Dr. Sommer zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Schwarz-Grün hat am vergangenen Donnerstag im Wissenschafts- und Kunstausschuss die Anhörung von allen am Klinikum Gießen-Marburg abgelehnt und weigert sich mit Verantwortung zu tragen. Das ist nicht tragbar, das ist beschämt. Es ist ein Schlag ins Gesicht für alle Beschäftigten, sie nicht anzuhören, sich nicht mit den Nöten und Sorgen zu beschäftigen. Es ist völlig inakzeptabel, dass die GRÜNEN die Hilferufe der Beschäftigten als reine Notstandsrhetorik bezeichnen. Meine Damen und Herren, dafür wäre eine Entschuldigung angebracht. Denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben ihr Bestes und arbeiten an der Grenze der Belastbarkeit. Der Anhörung noch nicht einmal zuzustimmen, um die widersprüchlichen Berichte von Geschäftsleitungen auf der einen und den Beschäftigten auf der anderen Seite bewerten zu können, ist ein Armutszeugnis. Ihr leichtfertiger Umgang mit dem Begriff Notstandsrhetorik ist demokratiepolitische Verantwortungslosigkeit. Frau Eisenhardt, das suggeriert, dass die Schilderungen der Beschäftigten und Patienten an der Realität vorbeigingen. Aber, meine Damen und Herren, wer, wenn nicht gerade diese Personen sollten, wissen, wie es in der Pflegepraxis aussieht? Ein paar Stichworte sind Arbeitsdichte, Personalmangel, Ausfallzeiten, immer mehr Patienten, weniger Fachkräfte, mehr als 400 Überlastungs- und Risikoanzeigen. Allein in Marburg, zu denen es bislang nur drei Abschlussberichte gibt, bezüglich der Überstunden, die angeblich abgebaut werden, hat man uns mitgeteilt, dass in vielen Fällen die Teilzeit befristet auf Vollzeit aufgestockt wird. Diese Mitarbeiter arbeiten trotzdem nur ihre Altenstunden, also in Teilzeit. Wenn das so ist wie geschildert, kommt nicht eine Stunde mehr auf Station an. Schaffen Sie Klarheit und Transparenz, überprüfen Sie in Ihrem Rahmen der Möglichkeiten, ob hier vorsätzlich ein Stellenaufbau vorgetäuscht wird. Von der Geschäftsleitung ist zu hören, alles ist prima. Ja, Stellen würden aufgebaut, Überstunden abgebaut oder ausbezahlt. In Marburg sind bislang 145.000 Überstunden noch nicht ausbezahlt. Aber von den exorbitanten Renditen des Konzerns ist immer wieder zu lesen. Das alles passt nicht zusammen. Bitte verstecken Sie sich nicht weiter hinter der UKGM-Diktion und hinter Betriebsinternen. Nehmen Sie als Landesregierung, wenn Sie schon nicht das Mitspracherecht haben oder sogar abgelehnt haben, Ihre Rechtsaufsicht bezogen auf den Arbeitsschutz besser wahr, führen Sie Ihr Umsetzungsmonitoring konsequent durch. Schließlich steckt das Land in den nächsten Jahren 15 Millionen € mehr und in den nächsten fünf Jahren noch einmal 100 Millionen € mehr in das Klinikum. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN, verschonen Sie uns mit Ihrer Realitätsverweigerung, indem Sie die Situationsbeschreibung als Notstandsrhetorik degradieren. Dass wir einen Pflegemangel bundesweit haben, das bestreitet keiner von uns. Bestreiten Sie aber bitte nicht, dass das Land durch die Privatisierung und seine 5-%-Beteiligung eine Mitverantwortung für diese Situation trägt. Ducken Sie sich nicht weg. Lassen Sie alle Seiten zu Wort kommen, um gemeinsame Handlungsbedarfe zu erörtern und die Situation anzugehen. Am 14. Juni 2013 erklärten die GRÜNEN in der Opposition, ich zitiere, im Interesse des Landes Hessen ist eine weitere Stümperei im Umgang mit dem UKGM unter allen Umständen zu verhindern. Dazu fordere ich Sie nun auf. Lassen Sie das in der Regierung gelten, was für Sie in der Opposition wichtig war. Verhindern Sie weitere Stümperei. Bleiben Sie sich einmal treu. Übernehmen Sie die Verantwortung für die gesundliche Verantwortung im Sinne der Beschäftigten und aller Patienten, die Hilfe benötigen. Wir als Partei der Arbeit und Arbeitnehmer, Herr Dr. Bartelt, verunsichern die Mitarbeiter vor Ort nicht. Wir hören Ihnen zu. Wir kümmern uns um die konkreten Notlagen der Beschäftigten und werden auch weiter mit Ihnen im Gespräch bleiben. Die Bediensteten benötigen nämlich unsere Unterstützung für bessere Arbeits- und Rahmenbedingungen, damit alle Patientinnen und Patienten in Hessen auch weiterhin gut versorgt werden können. Nehmen Sie endlich die Sorgen und Nöte der Beschäftigten ernst. Vielen Dank. Beifall Freie Demokraten und vereinzelt SPD und DIE LINKE Beifall Freie Demokraten und DIE LINKE Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Als Nächster hat sich Dr. Grobe von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Beifall Freie Demokraten und DIE LINKE Beifall Freie Demokraten und DIE LINKE Janine Zurufe Kürze Am 1. Februar 2006 wurde erstmals ein deutsches Universitätsklinikum fast gänzlich, das heißt zu 95 % in privatwirtschaftliche Hände überführt. Verantwortlich hierfür ist die damalige, aus CDU und FDP zusammengesetzte Hessische Landesregierung. Seit dieser Zeit reißen die Klagen der im Universitätsklinikum Gießen-Marburg behandelten Patienten und der sie versorgenden Ärzte, Studenten und Pflegekräfte über die mangelnde Qualität der Versorgung sowie die unzureichende Situation für Forschung und Lehre nicht mehr ab. War diese Entwicklung zu erwarten gewesen? Ja, meine Damen und Herren, zumindest war sie es für diejenigen hinreichend gebildeten Zeitgenossen, welchen der Unterschied zwischen den Zielen einer öffentlichen Institution und einer privatwirtschaftlichen Unternehmen bewusst ist. Hierzu bedarf es keines Studiums der Volkswirtschaftslehre, sondern lediglich eines gesunden Menschenverstandes. Die zugehörigen Unterrichtsgegenstände finden sich im Fach Gemeinschaftskunde – so nannte man das früher einmal – treffend an unseren Schulen. Hätten Sie dort als Schüler konzentriert zugehört, werte Vertreter von CDU und FDP, dann wären Sie sicher niemals auf die nur als verrückt zu bewertende Idee gekommen, eine öffentliche Institution, die der Patientenfürsorge sowie der medizinischen Forschung und Lehre dient, ohne vernünftige Gründe in privatwirtschaftliche Hände zu überführen. Die Rhön-Klinikum AG als heutige Betreiberin des Universitätsklinikums Gießen-Marburg ist nämlich als Aktiengesellschaft gehalten, die Interessen ihrer Anteilseigner und damit eben nicht das Gemeinwohl zu vertreten. Daraus folgt, dass Personal eingespart wird und Gehälter gering gehalten werden. Darüber hinaus werden Patienten zu Kunden degradiert, denn diese sollen möglichst effizient, das heißt unter Minimierung der für sie aufzuwendenden personellen, räumlichen und sächlichen Mittel wieder gesund gemacht werden. Genau diese Effekte mit all ihren Folgeerscheinungen sind am Universitätsklinikum zwischenzeitlich eingetreten. Dass Ihre Vorgänger von CDU und FDP vor 13 Jahren so handelten, wie sie handelten, zeigt der Öffentlichkeit wieder einmal sehr deutlich, dass sie leichtfertig, um nicht zu sagen, verantwortungslos mit öffentlichem Eigentum der Gesundheit unserer Mitmenschen sowie den Bedingungen zur Erzielung medizinischen Fortschrittes umgehen. Lassen Sie mich ganz deutlich sagen, so kann nur jemand handeln, dem der Wertekompass abhandengekommen ist bzw. derjenige, der niemals einen besaß, meine Damen und Herren. Beifall CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Die CDU haben auch in den letzten Jahren mit ständigen Rechtsgrüchen auf allen Ebenen gezeigt. Genauso wie sie seither berechtigte Kritik hin zu hieran zu pathologisieren trachten, verhindern sie die Bemühungen um eine Aufklärung der Situation im Universitätsklinikum Gießen-Marburg. In der letzten Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst sorgten Sie, verehrte Vertreter der CDU und der GRÜNEN, durch ihr Abstimmungsverhalten nämlich dafür, dass die beantragte mündliche Anhörung von Vertretern der betroffenen Patienten und des Personals des Universitätsklinikums nicht zustande kommen wird. Ich fasse zusammen. Sie erzeugen Missstände und verhindern dann noch diese Aufdeckung. Schämen Sie sich eigentlich nicht, falls Sie doch zu dieser Gefühlsregelung überhaupt noch in der Lage sind. Mögen Ihre Nachfolger im Amt des Universitätsklinikums Gießen-Marburg dies dorthin wieder überführen, wo es organisch hingehört, nämlich in die Hände des Landes Hessen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Grober. – Als Nächster hat sich der Abg. Dr. Bartelt von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Mangel an Fachkräften in der Kranken- und Altenpflege ist zu Recht Gegenstand jeder gesundheitspolitischen Debatte. Jede Überlastungsanzeige in einer Klinik wird ernst genommen. Diese Herausforderung ist aber völlig unabhängig von der Trägerschaft eines Krankenhauses. Defizite in der Pflege auf Universitätskliniken oder private Träger zu reduzieren, wird dem Problem einfach nicht gerecht. Daher führt auch eine Anhörung nur zum Thema UKGM nicht weiter. Ich zitiere in diesem Zusammenhang den Betriebsratsvorsitzenden Klaus Handschur, heute veröffentlicht in der FAZ, der gesagt hat, er hält nichts vom Ausrufen eines Pflegenotstandes. Das lenke nur davon ab, dass es gravierende grundsätzliche Probleme in der Pflegebranche in Deutschland gibt, recht hat er. Meine Damen und Herren, die Fakten über die Universitätskliniken Gießen-Marburg zeigen, dass das Problem der Ausstattung mit Pflegekräften angegangen wird und zu größten Teilen auch erfolgreich angegangen wird. Die Zahl der Überlastungsanzeigen ist auf einem niedrigen Niveau und ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Bei einnähernd gleicher Patientenzahl ist die Zahl der Pflegekräfte in den letzten Jahren signifikant gestiegen. Damit hat sich der Schlüssel Pflegekraft pro Patient zum Wohle der kranken Menschen verbessert. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Die Zahl der Auszubildenden am UKGM ist deutlich gestiegen, und alle ausgebildeten Kräfte werden auch übernommen. Natürlich können durch plötzliche Krankheitsfälle Probleme auf den Stationen auftreten. Ja, das ist so. Das nehmen wir ernst. Daher steht ein Pool von Pflegekräften zur Vertretung zur Verfügung. Der Anteil der gesperrten Betten wegen akut fehlendem Personal beträgt 2,3 %. Das ausführliche Zahlenmaterial ist im Ausschuss Soziales und Integration in der letzten Sitzung zur Verfügung gestellt worden. Das ist ganz transparent. Es ist also völlig sachfremd ein Mangel an Pflegekräften, dem am UKGM ja auch engagiert, professionell begegnet wird, mit der Privatisierung in eine Verbindung zu bringen. Wir haben auf Landes- und Bundesebene geeignete Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel in der Pflege eingeleitet. Einige Fakten. Das sind die Herausnahme der Personalkosten der Pflege aus den DRGs. So werden durch den zu schaffenden Pflege-DRG Tarifsteigerungen den Kliniken vollständig ersetzt werden. Das ist die Einführung von Personalschlüsseln in der Pflege. Zunächst werden Personalschlüssel in einigen Disziplinen, wie etwa Intensivmedizin, etabliert. Es folgt jetzt verpflichtende Personalausstattung für alle Stationen. Verbesserung der Qualität der Ausbildung in Pflegeberufen. Die Generalistik der Ausbildung macht den Beruf interessanter für junge Menschen. Anwerbung von Pflegekräften im Ausland. Dies ist dann erfolgreich, wenn sie bereits im Herkunftsland vorbereitet und hier auch weiter begleitet werden. Das machen viele freigemeinnützige Träger schon sehr erfolgreich. Das ist benchmarking. Natürlich müssen wir jeder Beschwerde über Arbeitsbedingungen in der Pflege nachgehen. Ich habe die Maßnahmen angeführt, die wir gemacht haben. Es geht darum, praktisch die Probleme anzugehen. Wir müssen unsere Anstrengungen zur Bekämpfung des Fachkräftemangels im Lichte des demografischen Wandels fortsetzen. Es darf aber auch keine generell schlechte Stimmung in der Pflege entstehen. Daher abschließend zwei Zitate von Pflegekräften aus der UKGM. Eine Pflegedienstleiterin aus der inneren Medizin äußert, warum haben wir im Vergleich zu anderen Krankenhäusern in Deutschland keinen Personalengpass, weil unsere Teams berufsübergreifend gut funktionieren und hier eng und gerne zusammengearbeitet wird. Unsere Teams sind so gut, dass unsere Kolleginnen und Kollegen auch bei uns bleiben. Eine Leiterin der Kardiologischen Intensivstation sagt, wir haben ein großes Pensum auf pflegerisch hohem Niveau zu bewältigen. Es ist aber auch eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit, die wir mit Freude machen. Wir werden uns weiter für unsere Universitätskliniken einsetzen, für eine gute Patientenversorgung, für gute Arbeitsplätze in der Pflege und im ärztlichen Bereich, für hohe Standards in Forschung und Lehre. Wir werden auch daran festhalten, dass wir für eine dritte Säule der Finanzierung der Universitätskliniken zu sorgen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Bartelt. – Als Nächster hat sich der Abg. Dr. Büger von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! – Ja, es gibt ein Problem. Wer sollte das leugnen, dass wir hier insbesondere in der Pflege ein Problem haben? Das gibt es im Übrigen nicht nur am UKGM. Das Problem besteht daraus, dass wir insbesondere in den Universitätskliniken zu wenig Geld haben, dass wir oftmals auch hier mit falscher Systematik die Gesundheitsleistungen vergüten, dass deswegen die Bedingungen auch in der Pflege nicht so sind, wie wir uns das wünschen, und dass die Arbeitsplätze nicht so attraktiv sind, wie wir uns das wünschen. Und deswegen natürlich, weil die Arbeitsplätze nicht so attraktiv sind, wir auch oftmals das Problem haben, die entsprechenden Menschen hier zu finden. Dieses Problem besteht. Deswegen finde ich es einfach an der Stelle neben der Sache, dass die regierungstragenden Fraktionen das einfach ignorieren. Man kann sich immer fragen, in welcher Form der Anhörung, mit welchen Fragen das an der Stelle sinnvoll ist. Aber hier einfach den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, wir wollen da gar nichts hören, wir brauchen da nichts zu hören, weil wir die Lösung schon kennen, geht an der Sache vorbei, meine Damen und Herren. Gleichwohl ist es so, dass insbesondere bei dem Antrag der Linkspartei habe ich es gesehen, die Ursachen, die Sie vermeintlich finden, doch etwas zu kurz springen. Ich will es Ihnen sagen. Die wahren Gründe der Problematik liegen in der Gesamtfinanzierung unseres Gesundheitssystems. Wir haben dort typischerweise Pauschalen für entsprechende Behandlungen. Die sind aber nicht auf das typische Universitätsklinikum zugeschnitten. In einem Universitätsklinikum haben Sie besonders die schweren Fälle, die problematischen Fälle, die Nichtstandardfälle. Das ist auch gut und richtig so. Daran machen Sie Ausbildung. Da brauchen Sie ganz besonders den neuesten Stand der Wissenschaft. Aber solche Fälle sind eben teurer als der Standardfall. Deswegen liegt ein ganz großer Teil des Problems in Berlin und liegt in der Grundsystematik, die wir dort haben. Wir haben weiter Sondereffekte. Wir haben gleichzeitig Forschung und Lehre neben der normalen Behandlung. Das sind zwei Aufgaben, die manchmal auch schwierig miteinander zu koordinieren sind und die natürlich – wer wüsste das nicht, wenn man beim UKGM-Thema von Anfang an dabei war – auch in einer schwierigen Trennungsrechnung am Ende resultieren. All die Probleme haben wir dort. Wir haben auch eine ganz besondere Verantwortung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben nämlich sehr viele Menschen in Ausbildung, sehr viele Menschen, die noch lernen. Für die haben wir eine besondere Fürsorgepflicht. Die dürfen wir ganz erst recht besonders im Beginn ihres Lebens nicht verheißen. Wir dürfen sie mit keinem. Aber da müssen wir ganz besonders sorgfältig sein. Meine Damen und Herren, davor verschließen Sie Ihre Augen. Das ist schlicht ein Mangel der Respekt davor. Ich mag auch nie so das Wort Notstand. Aber einfach nur zu sagen, das ist Notstandsrhetorik und damit die Bedenken und die Probleme von Menschen wegzuwischen, geht völlig an der Sache vorbei. Ein Punkt noch. Ich glaube, es ist auch nicht klug zu sehr – das habe ich besonders im Antrag der Linksfraktion gesehen –, auf das Thema Privatisierung zu gehen und zu behaupten – grob von Ihnen habe ich es auch gehört –, zu einem Lückenschluss zwischen ganz rechts und ganz links –, dass man hier behauptet, das sei die eigentliche Ursache. Ich möchte hier noch einmal klar für die Freien Demokraten feststellen. Die Privatisierung des Universitätsklinikums Gießen und Marburg mit allen Problemen im Detail war vom Grundsatz richtig. Das haben wir vor zehn Jahren so gesagt. Das haben wir in der Opposition gesagt. Das haben wir in der Regierungsverantwortung so gesagt. Das sagen wir auch jetzt in der Opposition so. Es war an der Stelle richtig. Nur so konnten wir große Investitionen umsetzen. Nur so konnten wir gerade den Standort Gießen sichern. Wir haben viel Gutes im Bereich Mittelhessen für die Gesundheitsversorgung damit getan. Das war richtig. Meine Damen und Herren, ich finde es deswegen natürlich spannend, dass man sich jetzt so ein bisschen taktisch an den GRÜNEN abarbeitet, die erst in der Opposition zwar ganz stark gegen die Privatisierung waren, und jetzt genau auf der anderen Seite sagen, das sei klasse, und ich will mir die Probleme noch nicht einmal anhören. Das müssen Sie natürlich erklären, warum Sie plötzlich von der einen Position zur anderen wechseln. Das müssen Sie wirklich einmal den Menschen erklären. So sind sie eigentlich. Ja, so sind sie. Aber so sind sie. Meine Damen und Herren, damit komme ich auch zum Schluss. Mein Fazit ist, wir müssen die Probleme offen analysieren. Wir brauchen eine ehrliche Bilanz, bitte aber ohne ideologische Festlegung. Dann müssen wir tatsächlich Lösungen finden, und wir müssen sie umsetzen. Aber bitte nicht einfach vor allen Problemen die Augen verschließen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Büger. – Als Nächster hat sich der Abg. Schalauske von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich will sagen, wie gut, dass die FDP in dieser Frage ideologisch überhaupt nicht festgelegt ist. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, Aber was ich eine absolute Missachtung finde, dass die Reihen der Fraktionen, die uns den Verkauf unseres Klinikums eingebrockt haben, bei dieser Debatte völlig leer sind, das ist eine Missachtung der Sorgen und Nöte der Beschäftigten. Ich beginne mit zwei Zitaten. Fehlorganisation, bekannte Situation, Betreuung von zwei Arbeitsplätzen gleichzeitig, keine Hilfe beim Lagern der Patienten möglich, keine Pausen möglich, unzumutbare Zustände, hygienische Maßnahmen können nicht eingehalten werden. Zweitens. Situationsbeschreibung, Überlastungssituation aufgrund von zehn komplett zu versorgenden Patienten. Bei allen wurde ausschließlich darauf geachtet, dass niemand länger als 30 Minuten in seinem eigenen Stuhlgang und oder Urin liegen musste. Kein Patient erhielt Unterstützung bei der Körperpflege. Es wurde sich lediglich um akute Probleme gekümmert. So, meine Damen und Herren, beschreiben Kolleginnen und Kollegen am UKGM in Überlastungsanzeigen ihren Arbeitsalltag. Diese Zustände an unserem mittelhessischen Klinikum, für das auch das Land Hessen Verantwortung trägt, sind völlig inakzeptabel. Diese und weitere Überlastungsanzeigen sind auch kein Geheimnis. Der Gießener Betriebsrat hat sich vor einigen Wochen zu Wort gemeldet. Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende beschreibt die Situation wie folgt. Die Arbeitsbedingungen sind so schlecht, dass viele Bewerberinnen und Bewerber entweder gar nicht erst zu uns kommen oder nach kurzer Zeit wieder gehen. Ich möchte hier keinen Klinikbereich besonders hervorheben. Der Pflegenotstand ist breit gefächert. Alle Bereiche sind betroffen. So schlimm wie derzeit war es noch nie. Der Alltag ist kaum zu bewältigen. Da frage ich doch die Vertreterinnen und Vertreter der GRÜNEN, Sie sagen, was erlauben Sie sich eigentlich, diese verzweifelten Hilferufe der demokratisch gewählten Vertreter der Beschäftigten und ihrer Gewerkschaft als Notstandsrhetorik zu verunglimpfen? Was fällt Ihnen eigentlich ein, so mit den Kolleginnen und Kollegen umzugehen, die tagtäglich unter den schlechten Rahmenbedingungen, die auch Sie politisch mitzuverantworten haben, die ihr Bestes geben, um sich um die Patienten zu kümmern, so zu verunglimpfen? Ich frage mich, wie kann es sein, dass die Landesregierung und die zuständige Ministerin Angela Dorn im Lichte dieser Hilferufe allein auf die Informationen eines Aktienkonzerns vertraut und danach öffentlich erklärt, sie habe keinen Anlass, an diesen Angaben zu zweifeln? Bei solchen Verlautbarungen der Regierung und der Ministerin fange ich an, an Ihnen zu zweifeln, wenn nicht sogar zu verzweifeln. Deswegen fordern wir Sie auf, nehmen Sie die Sorgen und Nöte der Beschäftigten endlich ernst. Fakt ist, in Gießen wurden wegen Personalmangel zeitweise drei Stationen geschlossen. Die Zahl der Überlastungsanzeigen ist gestiegen. Kaum einer der Überlastungsanzeigen kommt es zu Abschlussberichten. Die Zahl der Überstunden beläuft sich auf 145.000. Fast 10 % der Beschäftigten fallen für längeren Zeitraum krankheitsbedingt aus. Von der Geschäftsführung behauptete Stellenaufbau wird hauptsächlich durch Leiharbeit und Überstundenanrechnungen sowie Bereitschaftsdienste realisiert. All das erfährt man natürlich nicht, wenn man sich nur einseitig auf die Beschönigung eines Aktienkonzerns verlässt, anstatt den Dialog mit den Beschäftigten zu führen. Eine weitere Gelegenheit, diesen Dialog zu führen, haben Sie verpasst und sogar abgelehnt, indem Sie nämlich die von SPD und LINKEN beantragte Anhörung zur Bilanz der Privatisierung abgelehnt haben. Dort hätten Sie sich auch jenseits der Konzernführung informieren können. Eines macht doch dieser gesamte Notstand klar. Die aktuelle Lage bestätigt eine alte Erkenntnis. Die Privatisierung unseres Klinikums durch Roland Koch und die hessische CDU war, ist und bleibt ein großer Fehler, der rückgängig gemacht gehört. Das Land Hessen hält immerhin 5 % der Anteile am Klinikum und darf sich deswegen nicht länger einen schlanken Fuß machen. Das Land muss Verantwortung für die Beschäftigten übernehmen. Deswegen frage ich Sie, wann haben Sie denn zum letzten Mal eine Gesellschafterversammlung einberufen? Das wäre eine konkrete Möglichkeit, um Einfluss zu nehmen. Ministerin Dorn verweist auf den Letter of Intent, eine substanzlose Vereinbarung, die sie aus der Opposition heraus noch kritisiert hat. Herr Abg. Schalauske, Sie müssen zum Schluss kommen. Sie freut sich über Investitionen, die der Konzern zugesagt hat, die eigentlich schon bei der Privatisierung vereinbart waren. Ich komme zum Schluss. Ende dieses Jahres läuft die Change-of-Control-Klausel aus. Deswegen ist es endlich an der Zeit, dass das Land Hessen Verantwortung übernimmt für die Beschäftigten und nach Wegen sucht, dieses Klinikum wieder in öffentliches Eigentum zurückzuführen, so wie es viele Menschen in der Region auch vonseiten der GRÜNEN fordern. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster hat sich die Abg. Eisenhardt von der Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Gäste! Die Versorgung der Patientinnen, die Qualität in Lehre und Forschung und die Beschäftigungsbedingungen am UKGM müssen kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt werden. Deshalb begrüßen wir ausdrücklich das Verhandlungsangebot der Landesregierung an die Röntgenklinikum AG. Wir unterstützen die Bereitschaft der Landesregierung, auch über finanzielle Rahmenbedingungen zu sprechen, wie die Trennungskostenrechnung und Investitionen. Ziel der Verhandlungen muss sein, besonders Lehre und Forschung an den Universitätsklinika zu stärken und sicherzustellen, dass die Lehre nicht beeinträchtigt wird. Auch in der Patientinnenversorgung besteht Verbesserungsbedarf. Die Finanzierung der Universitätskliniken in Deutschland ist im System der Krankenversicherungen nicht auskömmlich. Deshalb setzt sich die schwarz-grüne Landesregierung schon in der letzten Legislatur für eine bessere Berücksichtigung der Besonderheiten der Universitätsklinika in der Finanzierung ein. Die Personalsituation in der Pflege steht unter dem Druck des bundesweiten Fachkräftemangels. Wir nehmen ernst, dass das vorhandene Personal dadurch überlastet ist. Hinweisen, dass dies die Arbeitssicherheit oder die Sicherheit der Patientinnen und Patienten betrifft, gehen wir nach. Das wurde von Staatsministerin Dorn auch deutlich gesagt. Staatsminister Klose hat Anfang der Plenarwoche bereits ausgeführt, was die Landesregierung zur Unterstützung der Pflegenden tut. Der Betriebsrat hat natürlich die Aufgabe, diese Situation der Beschäftigten in der Weise zu schildern, wie er sie der Situation für angemessen hält. Ich kann Ihnen versichern, dass ich diese Äußerungen ernst nehme. Ich habe im Ausschuss an Ihren Reaktionen gemerkt, dass eine Äußerung von mir in Bezug hierauf missverständlich war und bereits im Ausschuss festgehalten, dass wir die Situation in der Pflege ernst nehmen. Im Antrag von SPD und LINKEN für eine Anhörung ging es aber um etwas anderes. Es ging weder um die Berichte des Betriebsrats vom Antrag von vor drei Wochen oder den Dringlichen Berichtsantrag vom Dringlichen Berichtsantrag vom Dringlichen Berichtsantrag vom Dringlichen Bericht über den Personalnotstand am UKGM. Es ist ein Antrag aus Mai dieses Jahres. Die Opposition wollte mit der Anhörung über einen Weg zum Rückkauf durch das Land beraten. Dies ist jedoch durch eine Anhörung leider nicht zu bewerkstelligen. Die einzig rechtliche Möglichkeit für einen Rückkauf ist ein Eigentumswechsel, der aktuell nicht in Sicht ist. Eine solche Anhörung würde bei den Beschäftigten die falsche Hoffnung schüren und wird den engagierten und professionell arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht gerecht. Die GRÜNEN haben sich in der Regierung bereits in der letzten Legislatur der Situation der Beschäftigten angenommen. Die von uns nicht befürwortete Privatisierung führt nicht dazu, dass wir uns zurücklehnen, sondern wir übernehmen Verantwortung. Im Zukunftspapier 2017 wurde deshalb ein Kündigungsschutz für alle Mitarbeitenden, eine Übernahmegarantie für Auszubildende und ein Ausgliederungsverbot vereinbart. In einer großen Anhörung Ende 2017 konnten alle Beteiligten und Betroffenen am UKGM zu Wort kommen. Wir werden uns auch weiterhin der Situation der Beschäftigten annehmen, das differenziert tun, um Probleme genau zu beschreiben und dann eben auch Abhilfe schaffen zu können, hinschauen statt generalisieren. Hierzu kann ich nur auf das Zitat verweisen, das Kollege Bartelt bereits von dem Betriebsratsvorsitzenden Klaus Handschuer zitiert hat. Er hält ebenfalls nichts vom Ausrufen eines Pflegenotstands. Das lenkt nur davon ab, dass es gravierende, grundsätzliche Probleme in der Pflegebranche in ganz Deutschland gäbe, sagt er. Deshalb möchte ich auch noch einmal meine Unterstützung für das Vorgehen der Landesregierung ausdrücken, Gespräche mit allen Betroffenen zu führen, allen konkreten Hinweisen nachzugehen und, das ist der wichtige Punkt, in Verhandlungen mit der Rhön-Klinikum AG einzutreten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Eisenhardt. Als Nächste hat Staatsministerin Dorn das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Das Universitätsklinikum Gießen-Marburg hat eine enorme Bedeutung, eine enorme Bedeutung für die Patientinnen und Patienten, für die Beschäftigten, für Lehre und Forschung und für die ganze Region. Vor 14 Jahren hat die damalige Landesregierung die Entscheidung der Privatisierung betroffen. Sie wissen, dass die Koalition über diese Entscheidung an sich unterschiedliche Ansichten hat. Sie wissen auch, ich hätte diese Entscheidung nicht so getroffen. Gleichzeitig habe ich immer deutlich gemacht, dass man nicht alles immer nur auf das Problem Privatisierung legen kann. Gerade eben hat es Ninder Eisenhardt schon auf den Punkt gebracht, nicht generalisieren, sondern genau hinschauen. Wir müssen heute mit dem Bestehenden umgehen. Das Potenzial des Universitätsklinikums ist enorm. Das gilt es zu halten, das gilt es zu stärken. Ich schaue dabei weniger in die Vergangenheit, sondern in die Gegenwart und in die Zukunft. Dazu ist die ganze Landesregierung und ich mit allen Beteiligten im Dialog. Ich bin im Austausch mit der Geschäftsführung. Für mich war es selbstverständlich, dass ich auch einen Antrittsbesuch bei dem Betriebsrat mache. Wo stehen wir? Im Jahr 2017 haben wir eine Einigung zum Zukunftspapier erzielt. Es ist eine sehr wichtige Grundlage für unser weiteres Handeln. Wir haben damals eine Einigung über seit Jahren offene Fragen der Trennungsrechnungen erzielt. Wir haben damals erzielt, dass sich das Uniklinikum Gießen-Marburg ein Investitionsprogramm von mindestens 100 Millionen € verpflichtet. In den kommenden Jahren gilt noch das vereinbarte Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen, das Ausgliederungsverbot, die Übernahmegarantie der Auszubildeten. All das haben wir damals verhandelt. Genau daran wollen wir jetzt weiter anknüpfen. Wir haben die Gesprächsbereitschaft gegenüber der Geschäftsführung des UKGM und gegenüber der Rhön-Klinikum AG signalisiert. Denn unser Ziel ist, in neue Verhandlungen einzutreten. Wir wollen hier über die Neuregelung der Trennungsrechnungen sprechen. Wir wollen anknüpfen an Zukunftspapier und miteinander besprechen, wie wir es weiterentwickeln. Wir wollen auch über die Gewährleistung der Einflussmöglichkeiten des Landes sprechen und am Ende über das Interesse, das das Klinikum immer wieder äußert, weitere Investitionsförderungen zu erhalten. Das erste Gespräch ist noch für dieses Jahr vereinbart. Genau so zeigen wir Verantwortung, Verantwortung für die Stärkung von Forschung und Lehre, Verantwortung für die Patientinnen und Patienten, Verantwortung für die Beschäftigten und für die ganze Region. Jetzt zum Thema Fachkräftemangel. Das wurde hier schon mehrfach ausgefüllt, auch von einigen hier im Saal. Der aktuelle Fachkräftemangel in der Pflege ist ein seit einigen Jahren andauerndes bundesweites Phänomen. Es hat jetzt endgültig auch die Universitätskliniken erreicht. Zur Wahrheit gehört auch, dass einige Bundesgesetze, die ich im Kern richtig finde, wie beispielsweise die Personaluntergrenzen, die Situation noch verschärft haben. Diese Komplexität muss man einfach auch einmal sehen. Ganz wichtig haben sowohl Abg. Büger als auch Abg. Eisenhardt darauf hingewiesen, dass die Frage des Systemzuschlags für die Universitätskliniken ein Anliegen ist, das wir bisher immer gemeinsam in diesem Haus getragen haben und das wir weiterhin als Landesregierung sehr forcieren. Auf diesen Pflegebedarf hat das Uniklinikum reagiert, beispielsweise mit der Übernahmezusage aller Krankenpflegerinnen und Schüler. Mein Kollege Sozialminister Kai Klose hat in der Fragestunde ausgeführt, dass Sie mit Hochdruck daran arbeiten, genau diesem Thema gerecht zu werden. Richtig ist auch, dass das UKGM wegen diesem Fachkräftemangel nicht alle Stellen besetzen konnte, die sie wollten. Deswegen musste in Gießen wegen Personalmangel ein Pool der Roten Kreuz-Schwesternschaft und Leiharbeit entsprechend dieser Personalmangel ausgeglichen werden. Ja, das würde man sich anders wünschen. Das ist aber auch etwas, was in Großkrankenhäusern und Universitätskliniken in dieser Phase nichts Ungewöhnliches ist. Das muss man entsprechend so feststellen. Wir haben alle ein gemeinsames Interesse, dass wir hier zu festangestellten Kräften kommen. Da sind wir uns ganz einig. Richtig ist aber auch, dass es Stellenaufwuchs gibt am Uniklinikum Gießen-Marburg, und zwar echten Stellenaufwuchs in den letzten Jahren und auch im Vergleich zum letzten Jahr zu diesem Jahr und über die verschiedenen Berufsgruppen wie in der Pflege. Herr Kollege Schalauske, Sie haben gesagt, dass angeblich der Aufwuchs nur auf Überstunden und Leiharbeit beruhe. Ich werfe Ihnen das nicht vor, weil Sie haben nach diesen Daten im Ausschuss gefragt. Ich konnte Ihnen die nicht entsprechend darlegen, weil das als betriebsintern gekennzeichnet wurde. Ich habe jetzt noch einmal entsprechend nachgefragt. Nach Rücksprache kann ich Ihnen heute eine Antwort geben. Wenn man Gießen und Marburg gemeinsam betrachtet, ohne diese Punkte von Leiharbeit und Überstunden, dann hatten wir im Durchschnitt bislang ein Plus von 24,8 Vollkräften, mehr im Pflegedienst besetzt als im Vorjahr, über beide zusammen. Insofern gibt es einen echten Aufwuchs in der Pflege. Es gibt einen Ärger über diese Frage der betriebsinternen Daten. Das ist geltende Rechtslage. Gleichzeitig verstehe ich den Wunsch der Abgeordneten, dass sie Fragen haben, dass sie Fragen aus der Presse entnehmen und gerne mehr Antworten hätten. Deswegen finde ich sehr wichtig, dass das Universitätsklinikum Gießen-Marburg, dass die Geschäftsführung jetzt allen Abgeordneten des WKA und der Region angeboten hat, ihre Fragen im Januar zu beantworten, dieses Signal ist richtig und kann ich nur begrüßen. Selbstverständlich gehen wir allen Hinweisen und Beschwerden nach. Am 8. November haben wir bei den Universitäten nachgefragt, nachdem es der Presseveröffentlichung gab, ob es beeinträchtigende Lehre irgendwie bestehen würde. Beide Universitäten haben gesagt, zum gegenwärtigen Zeitpunkt nein. Selbstverständlich geht auch das Regierungspräsidium entgegen ihrer Darstellung den Hinweisen nach und macht auch eigeninitiierte Prüfungen. Insofern ist dieses Bild, das Sie dort stellen, falsch. Frau Ministerin, darf ich Sie darauf hinweisen, dass die von den Fraktionen vereinbarte Redezeit abgelaufen ist? Wir werden entsprechend die Energienverhandlungen umsetzen und genauso auf Bundesebene für diesen Systemzuschlag kämpfen. Vielen Dank. Applaus Wie viele Redezeit haben Sie noch? Eine Minute 20 haben Sie noch. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet. Frau Ministerin Dorn hat gesagt, dass die Geschäftsführung uns einen Termin angeboten hat. Ja, das ist so. Aber wir haben ausdrücklich gesagt, dass wir nicht nur die Mitteilung vom UKGM hören wollen, sondern ausdrücklich alle Statusgruppen am Universitätsklinikum. Das ist uns zu wenig. All das, was die Geschäftsführung mitgeteilt hat, haben wir schon im Ausschuss erfahren. Jetzt wäre es doch ein Gutes, alle zusammenzuführen, um gemeinsam Lösungswege zu bestreiten oder zu schauen, wie man all das, was jetzt diskutiert wird, auf einen guten Weg gemeinsam zu bringen. Ich glaube nicht, dass uns ein einseitiger Termin weiterhelfen würde. Wir wollen, dass wir uns solidarisch mit den Mitarbeiterinnen zeigen, denn die machen die Überlastungsanzeigen nicht aus Jux und Dollerei. Anstatt die Berichte von Beschäftigten und Patienten zu verunglimpen, sollten wir doch daran mitwirken, dass sich das Klima und die Situation am UKGM insgesamt verbessern. Dazu hätten wir Gelegenheit gehabt, mit der Anhörung, die wir beantragt haben, das hätte alles umfassend beleuchten können. Das Ziel war nämlich Aufklärung und nicht Verschleierung. Meine Damen und Herren, das haben Sie rigoros abgelehnt. Man kann nicht nur heute das, was Herr Dr. Bartelt vorhin zitiert hat, in der Zeitung lesen, sondern auch von Verdi. Dort heißt es, die Grünpolitikerin mache sich Argumente der Geschäftsführung zu eigen, höre aber nicht auf die Belegschaft. Also, nehmen Sie sich das zu Herzen, und lassen Sie uns gemeinsam für die gute Versorgung in Hessen, für die Patientinnen und Patienten, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kämpfen. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, damit ist diese Aktuelle Stunde abgehalten worden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.